Hallo, ich bin Karin, fast 40 Jahre alt, ich bin Mama von 6-jährigen Zwillingen und dank Christine und Marcel mittlerweile auch Unternehmerin. Seit es den Cashflow Club gibt, bin ich dabei und sehr glücklich darüber, weil es für mich perfekt ist. Ich bin Mama, ich bin Ehefrau, ich bin Unternehmerin und die Zeit ist da immer ein bisschen knapp und darum mit dem Cashflow Club habe ich alles am selben Ort. Ich weiss, dass ich über Neuigkeiten informiert werde, ich kann mich informieren, ich kann Fragen stellen, es werden mir Sachen gelernt, die essentiell sind fürs Weiterarbeiten mit dem Geld, also dieses Verdienen im Schlaf oder auch in der Zukunft Geld wachsen zu lassen, was für mich selber mega, mega spannend ist und ich darum sehr, sehr froh bin, habe ich diese Möglichkeit, hier mit dabei zu sein. Ich kenne Marcel und Christine jetzt doch schon eine längere Zeit und ich glaube, es ist so einzigartig auf dem Markt, dieses Wissen zu diesem Preis erstens zu erhalten, so komprimiert, alles am selben Ort und dieses Vertrauen zu haben, dass ich sowieso alles erfahre. Was gerade passiert, was Neues auf den Markt kommt. Bist du dir am Überlegen, in den Cashflow Club zu kommen? Mach einfach, tu einfach, weil es vereinfacht dir das Leben. Du hast schnell deine Informationen und das ist für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag. Bye, bye.